Nubuk Radierer ist ein Reinigungsradierer oder Schwamm für alle Nubuk und Rauleder, umgangssprachlich gerne auch Wildleder genannt. Kann man benutzen bei Schuhen, bei Handtaschen, Bekleidung, aber eben auch im Auto, wenn man da Nubuk hat oder eben auf einer Garnitur. Er krümelt, das soll er auch, er absorbiert, also er zieht die Flecken ein bisschen raus und er ist für harte Flecken, also stark sichtbare, kleine Flecken, die punktuell sind. Flächige Flecken mit einem Schleifpad entfernen oder mit dem Nubuk Schwamm, punktuelle Flecken, harte Flecken mit dem Nubuk Radierer.